Also, Park, dann mal Butter bei die Fische. Annyeonghaseyo oder Moin? Moin. Also eigentlich Korganisch ist gut, aber muss ich sagen, Moin. Gangnam oder Schlachte? Gangnam. Ist so viel besser? Ja, Gangnam ist Wahnsinn. Ulsan Hyundai oder Werder Bremen? Oh, das ist eine schwer Antwort geben, aber jetzt Werder. Rückennummer 19 oder 22? 22. Ist das deine Lieblingsnummer? Nee, also eigentlich, mir ist egal, welches Nummer nehmen, aber also 22 oder 25 oder 2. Also ich habe ein Tattoo, aber habe ich Nummer 7 eingestellt. Dann habe ich vorher gefragt, 77, aber das leider geht nicht. Keine Chance. Dein Körper ist ja noch relativ unbefleckt, du kannst noch ganz viel nochmal hinzufügen. Ja. Dongguk Lee oder Hoi Min Son? Dongguk Lee ist auch ein Legendespieler, aber schon momentan ist Hoi Min Son auch geil. Dann muss ich sagen, Hoi Min Son. Ah, du weißt, dass Dongguk Lee hat auch bei Werder gespielt? Ja, habe ich gehört. Ganz kurz, maximal ein Jahr, aber leider gar keiner gespielt und dann eine schlimme Verletzung bekommen. Aber Dongguk Lee ist auch ein typischer Spieler von Korea. Arbet Lan Kishi oder Ehren Ding Chi? Boah, das habe ich im letzten Jahr mit U19 zusammen gespielt und dann U30-Massier-Haupt gespielt. Beide. Nee, beide gibt es hier nicht. Du musst dich da entscheiden, also Arbet Lan Kishi oder Ehren Ding Chi? Boah, sorry Arbet, Ehren Ding Chi. Nick Woltemade oder Keba Baci? Alles beide gespielt, U19 und U20. Keba, sorry, Nick Woltemade. Ehren Ding Chi oder Nick Woltemade? Boah, schwer. Nick Woltemade, sorry, Ehren Ding Chi. Wird nicht einfacher. Konrad Fünfstück oder Marco Grote? Wow, wow. Es gibt keine beiden, ne? Nein, beide geht nicht. Oh mein Gott, also Marco Grote war von mir der erste Trainer und persönlich auch gut trainiert. Aber Fünfstück auch, war U23, alles gut gespielt und dann gut kennengelernt. Also beide, eigentlich beide, aber ich nehme Marco Grote. Marco Grote oder Markus Anfang? Boah, ehrlich? Ja. Boah, also, ja schwer, aber momentan muss ich Marco anfangen. Markus Anfang. Talent oder Fleiß? Fleiß. Nutella mit Butter oder ohne Butter? Ohne Butter. Ohne Butter. Leider kann ich Butter nehmen. Lauftraining oder Krafttraining? Boah, Krafttraining. Du hast, wie viel hast du gemacht? 450 Watt? Ja, also, habe ich heute auch 350 gemacht, aber auf kann ich mehr gehen. Mir ist es zu einfach. 500, boah, denke ich schaffen. Kaffee oder Tee? Kaffee. Kaffee oder zwölf Rohreier? Boah. Aber ich trinke am Tag 14 Stück Ei, also Ei trinken. Milchshake mit Huhn oder ohne Huhn? Hund. Nein, nicht Hund. Hund. Also, ja, ich trinke am Tag zweimal Hühnchen-Shake und dann mit Hühnchen. Lecker. Ja, super. Lieber 1 zu 0 oder 5 zu 4? 1 zu 0. Gegentor oder Notbremse? Notbremse. Titel ohne Einsatz oder Einsatz ohne Titel? Einsatz ohne Titel. Dreierkette oder Viererkette? Wenn wir Ball haben, dann Drei-Kette ist besser, aber wenn Dibes hat schon Vierkette. Also, ich nehme Vierkette. Fünf gegen zwei im Training oder Torschuss-Training? Torschuss-Training. Wenn du eine Superkraft hättest, lieber unsichtbar sein oder in die Zukunft sehen? In die Zukunft sehen. Echt? Ja. Wenn du in die Zeit reisen könntest, dann lieber in die Vergangenheit oder in die Zukunft? Ja, in die Zukunft. Immer so. Momentan auch vor zwei Jahren. Immer so in Deutschland bleiben. Einfach Karte arbeiten, Training. Am Tag vierzehn Sturrei getrunken. Und jetzt war der Hinchen-Shake auch. Und den Ergometer mal schön durchgetreten. Tattoo oder Piercing? Tattoo. Hast du nur das eine Tattoo oder hast du mehrere Tattoos? Ja, da habe ich schon hier einen Boden, ein Tattoo. Aber da habe ich ganz klarer Plan. Wie viel soll es werden? Arme und ein bisschen Beine auch. Und dann mein Bruder, meine Familie Bilder, Bild reingehen, reingestellt oder reinstellen. Und dann. Krass. Ein Leben ohne Musik oder ein Leben ohne Internet? Oh mein Gott. Das war ja so schwer. Ohne Internet. Was hörst du am liebsten? Boah, es ist beide Pop, K-Pop. Schon K-Pop? Ja, aber ich mag nicht K-Pop, aber Pop ist viel besser. Immer dunkel oder immer hell? Immer hell. Sommerpause oder Winterpause? Winterpause. Winterpause? Winterpause. Warum Winterpause? Boah, also ich hasse Sommer. Was? Ich hasse Sommer. Also so warm, ehrlich. Ich muss irgendwo gehen, dann muss ich ein Sonnencreme nehmen. Also das ist ein bisschen Kacke. Jeder Spieler hat mich gefragt, warum nicht eine Sonnencreme? Dann lieber Winterpause. Instagram oder TikTok? Instagram. Ich habe keinen TikTok. Aber vor einem Monat habe ich einen Download bekommen. Zu meinem kleinen Bruder. Wir schauen mal. Sky oder Sport1? Sky. Sky oder ARD? Sky. WerderTV? WerTV. Ja, gerade so viele Schwerfragen bekommen, aber scheiße nochmal machen. Ich habe alles nicht eine richtige Antwort gegeben. Aber Packet Time. Ach so ein bisschen. Schwerfragen?